1 Hallo liebe Leute, ich heiße euch jetzt willkommen wieder zu einer neuen Random Runde mit den üblichen von gestern. Und zwar Andi, Keule, Laren, Micha, Erwin, Linda und der unsichtige Pablo. Ey! Wow! Hallo! War jetzt echt schon ein bisschen salzig von dir. Alter, Remy, voll geile Revolver. Ich fühle mich jetzt schon gemobbt in der Runde. Ja, einfach Haus töten, passt dann schon. Alles klar. Ja! Autos weg! Erstmal direkt den Haus weg! Weg, weg, weg! Was ist das eigentlich für ein Scheiß, warum leuchtet hier alles einfach verschweigt? Oh Gott! Haha! Verdient! 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 Kann mal einer die Autos ausstellen? Ja! Das ist so schraubig von der Reps! Wie viel Damage macht die Remington eigentlich? Äh, das ist nie in der Hand! Echt? Ja! Warum leuchteten die? Warte, bleib doch mal kurz stehen! Der hat immer ne Platt mal geworfen! So! Nein, ich bin nicht stehen mit deinem! Dann wolltest du mir ne Lade auf dem Schraub bekommen! Was hast du... Nein! Wirklich! Ich nehme mal auf der Waffe weg! Ich will nur mal wissen, was du da hast! Habe ich dir dazu gebrochen! Raus, ihr Wädenlos! Raus! 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 Ich hab's nicht gesehen! War ne abgesäckte Schraubspunkte! Ey! Achso! Weil das übelst weiß geleuchtet hat! Ja! Aber komisch! Andi! Achso! Gehst du bitte Andi! Ja! Ich geh schon! Bin schon! Ja hier paar Schulgehe! Will nur gucken hier! Uuuh! Ja! Oh! Hallo Andi! Ich hier gesprungen oder bin ich dann weitergesprungen? Oh! Er rennt bei mir wieder bei jemandem mit Aero rum! Gabe! Huch! Huch! Was hat der denn gemacht? Ah! Andi! Nein! Du warst bei ihm die ganze Zeit! Ja! Ich war hier bei Erwin! Soll ich gucken kommen oder so? Da oben war noch jemand! Das war Michi! Ja! Warum liegt denn eine Leiche Andi? Ja! Da oben ist noch jemand! Verschulke ist ja auch noch! Verschulke ist ja auch noch! Verschulke ist ja auch noch! Darin steht! Der stand nämlich hier hinten drin! Kannst du ja Erwin fragen! Ich kann es nicht gewesen sein! Ich stehe immer! Kommt hier ne Wasser und kommt mit! War mit Ernten im G! Oh! 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 Was ist mit einer Prank? Was wie wo? Ja weil der schon tot ist! Ah toll! Der Lauch! Was stirbt da einfach! aber mich aber mich er kann auch von da oben ne ja eben ich sage ja ich bin es nicht ich hätte lachen jetzt ganz einfach weg machen könnt ihr hatte nicht meine waffe das ist das ist keine ausrede doch ist es doch länder was wird zufangen ja oh ich wollte hier hinter wenn du hier stehst kann ich nicht dafür junge da verbiss dich halt haupten menschen ruhig noch mal was willst du eigentlich die ganze zeit bei mir horst die harte zuerst können immer diese kraft kannst du jetzt mal aus dem weg gehen kann man nicht hier ist ein fenster stehen weil ich da raus sagte ich werde sowas noch von diesem kack auto überfahren alter mich klar bis er wurde vom auto überfahren kann jemand identifizieren okay er kommt wieder an die dass die ganze zeit im gefühl dass da an die trader ist ja ich auch wir waren da hat er alles auf einmal waren alle er hat er auch gar nicht vom auto platt gefahren und dann hat er an der eskaliert wieder in dem raum einfach alle abgesehen hast du es nicht gesehen was du sie genau vor deiner fresse gespawnt ist das ist gar nicht mitbekommen wer gespawnt mich jetzt vor einer nase gespawnt mit der kam von oben bei mir neun der ist vor der nase gespawnt du hast es nicht gemerkt naja kam bei mir von oben links rechts deswegen habe ich das im lol gesagt und er mich erschreckt cool oh da kam auch rein ich habe mich da ist jemand hab ihn weg ist tot kann sein dass er einen märtyrer hat da sieht noch einer voll aus hrw das ist echt er sagt so piu 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 und wenn man rauskommt er ist da an dich oder ist ein paar Abloch ich trinke eben was auf mich wird geschossen wo bist du ne Laren schießt auf mich ja klar du hast auf mich gez... ok das hat sich grad erledigt so das war super das war super wo ist die Linder? weg von euch an Andi geh weg von ihr ne mach mal bald da ich mach das hier zu aber ich bin hier wild west hero und bald wirst du eh ja sicher wenn mal da rum da an die der schießt uns nichts ach Keul ist auch tot ja naja also es sind noch der auswahl für miss traiter auswahl der herr wieso ich hab bitter gemacht ach ja stimmt ja ok horst ist schon deswegen das qualifiziert für die traiter auswahl ach schade wirst nicht miss quater hehehe also wer ist dann noch Linder gehst du mehr mit ausm... alles klar Linder Indus ist die ist glaub ich hier auch im Haus reingelaufen ja der war da drin ja der war da drin hab sie ist tot wer hat denn da jetzt zu holen die war halt da durch verdammt mein gott Linder alter wieder verliebt ey zum kotzen ah ich wusste nicht Pablo so blöd geht das ja nicht wiederbeleben ne runde war da schon vorbei ja ihr kriegt ja von davor so blöd ach so ja ich weiß jetzt nicht gerade weil er gesagt ich bin es nicht Pablo und außerdem doch alter schon ist klar ja eskalation weg da ich wollte irgendjemand verrekt werden voll geil überhaupt oh warum bist du verletzt hast weil ich da drunter geflogen bin so soll ich mal in einer Map mal Trader werden ne alles klar Pablo ist es alles klar savecaller und was schrecklich jedes Mal ja ja es ist ein deutlich Trader wo Entschuldigung Pablo man weg mich damit so und auch aufs Dach ich hab nur ne Fensterscheibe kaputt gemacht ah immer einmal der linken Brecht schuppen und der Auto kommt das hab ich vergessen auch vom Straßenverkehr oh ja na lindeschön blödchen machen Tau Taube ja und zwar kam die von äh Herr Paschulke KOS Herr Paschulke ok aufs Spielplatz aufs Spielplatz ähm glaube ich richtig ja ich bist richtig gelaufen sorry 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 du Arsch sorry wollte ich nicht wo ballert der denn auf mich rum ah mein Spaß er kommt wieder Paschulke KOL Alter ich hab 75% werd wieder nicht belebt ey dann mach ich mich mit der Halbwahrung mal ich hab einfach mal drei den Scheißhaus weggeballert ich war mit Paschulke beschäftigt ich bin den Namen nicht mehr lesen Alder Pablo war auf einmal vor mir und der hat dann die Wassermilonde bekommen ja ich dachte mir so bin ich richtig boom belohne spätestens dann wusste ich als ich richtig bin so wir bleiben erstmal hier wir reden jetzt erstmal ein Wörtchen EIN oh mach die Tür auf wir reden jetzt erstmal ein Wörtchen mach die Tür auf mach die Tür auf der ist fast ungefähr machen wir die New Kids Spiele auf kannst froh sein dass du DATE bist alter ich hätt dich gemacht auf zu und los geht's wieso was war denn jetzt los mit Frauke ok ich hätt sie jetzt gemacht alter wenn sie kein DATE gewesen wäre warum denn ich einfach so wow hier da Alter mich ganz um den Maul halten dann ja genau das will ich denn von mir gehen Keule Alter ja du zieht die ganze Zeit auf mich ja ich bin ja jetzt von mir ein vielleicht in unserer komischen Haust hau ab eh mit deinen leuchten Schuhen da ist sie drinnen da ist ein fach los heee Undi ich hab in mich rausgeguckt ich hab auf dein Fenster geguckt da drin ist kaputt das Fenster wo ich halt rausgeguckt Oh o ich hab hier geschossen ich glaub alles klar ist hier immer gestorben l'ol Alter warum schießt du denn auf mich also andy was nicht heute warum bist du hier gerade gespawnt ich bin hier gespawnt wer wurde gerade gecallt nein nein alles gut ich war die ganze zeit bei dir gewesen und pavro hat auf mich geschossen ich habe aufm wie da ist was eigentlich auf visa du hast auf mich geschossen weil die war halt echt nicht absichtlich ich hab dich mit der weg auch der seufzt der seufzt du laufst mich voll über die vorbeigeschossen du bist ein lappen alter warum schießt du auf mich alter ja linda ist aber auch verdächtig ruhig mal wieder warum ich bin ja nicht ruhig ich hab doch gerade was gesagt ja kilometer weit ich hab die kugel an mir vorbeifliegen sehen hast du auf Auto? ja das war knapp Pablo bist du mal da? hier liegt Horst ich sag mich so danke merken wenn er die ganze zeit auf mich zielt sehr mysteriös ich hab nur geguckt wer das noch ist ich weiß doch gar nicht wer überhaupt noch da ist das redet ja auch keiner mehr mysteriöserweise ja linda ist auf jeden fall hundertprozentig blau ist nicht dass du mich auch mit golden digi getestest ne so kurz so schrubfinkl und sie hat dann die nummerang dabei alter das war ein vertyrer gemuttuung ist es erst wenn ich dich in real life gefunden habe alle auf Andi jetzt alle aufs Auto warum auf Andi? aufs Auto weil der wieder Mindgame spielt hier sind irgendwie ziemlich viele sachen sehr komisch bunt hier zum Beispiel trinken ist bei mir extrem ja ich sehe meine knappe gar nicht in meiner Hand ja die ist übelst weiß gell ey wenn ich die aufhebe ist das normal ich sehe die gar nicht aber bei mir sind die Waffen alle äh aber eigentlich das Auto abschießen warte mal ja das bringt nichts mach mit ja dann sieht meine Sniper hier grün nicht aus war ja die so runtergefallen nee schwarz die schimmelt bei mir voll grün NARRE schwarz aber meine meine shotgun also nicht hat jemand irgendeinen Namen gerufen Mensch die schimmelt ähm der Horst der hatte eben Flaren gerufen Horst ich weiß gar nicht was der hat warum ist Andi verletzt? Andi ist hier im Schacht runtergefallen paar Mal glaub ich was war denn jetzt mit Laren? ja Horst hatte irgendwie Laren gerufen und dann ist er jetzt stumm also wenn wir Horst eine Leiche finden sollten dann können wir davon ausgehen dass Laren dann den Horst getötet hat Laren? ach quatsch ich find ja keiner gleich wann bist du hör Junge wie oft soll ich noch sagen ich bin den scheiß Schacht runtergefallen ach dann Horst kannst du bitte vorbeigehen ja was dringen gehen ach so was ist jetzt so ein Laren? Laren? Laren ja oder nein watsch 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 wo ist der Rest? der Rest na komm zeig dich hier ist Horst hier ist Horst hier ist Horst ich hab Horst gefunden ja ist gut da ist Horst da ist Horst aber wenn du willst kannst also Laren ist schon weg ich darf sie testen mit der goldenen ich hasse dich Miss Wurst so hallo Erwin ist Pablo ah ich komm hier nicht weg kommt man da irgendwie rein? gleiche soll ich das Dach konfirmen oh wot holen wir denn für Dachziegel? bitte hm hm ja was ist wo wirst du? Andy was willst denn du immer von mir? hier hinten liegt noch einer ah wo? ich bin gefallen wo ist hier hinten? na hier hinten wisst schon rechts ja hinten rechts da wo links oben und eh genau geradeaus durch war Schulk ist bei mir? ja auch ich höre war bei mir der rest ist jetzt auch hier nicht schießen ich mache auch da hinten der schild eine runde der horst oh Gott oh 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 der wurde zum Spielplatz hin geschmissen ist ja geil dann war das doch scheinlich Andi Horst wurde aufgehangen oh fuck ich häng dich gleich mal auf ja jetzt kann ich und dahinten war nur Andi ja ja Andi war da oben und der Rest war hier drüben und von da kam nix geflogen war bei Micha drinnen Baby? War das ein Babygut? ne das war ne Tür irgendjemand strächt wie immer ich darf mal ein paar Schulke hinterher also wenn ich tot bin, bin ich tot also war er das mein ich Andi ist hier drin sagen wir nicht vom Autoplack gefahren jetzt in Ruhe ich habe das XVP naja, wir haben uns runtergefahren genau wie ich einmal tschüss mein Haus Jo bleibt offen ich habe immer noch das letzte Worte mein Gott aber dann er danke, er bannert hier mit der Schatz Happen, Computer tschüss tschüss war er Andi Traitor? ja ja war er oh warte 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 oh fuck Tür zu euch mach die Tür wieder auf nee er hat getrunken wir eskalieren alle ohne Witz geh weg hi mein Gott Laren alter ich hasse dich ich hab dich auch ganz überliegt ich hab gar nicht geklubbt mich hasste noch mir krämt einfach mit dir die Gepäck tot ich hätte weg bei der Seine Wurse mir die ganze Zeit gefolgt ist alter aber wie lange ihr gebraucht habt ja bitte möchtest du den Screenshot als Amnale haben ja mach mal also Horst wie lange sie gebraucht haben jetzt alle war mir klar dass du es bist weil nichts passiert ist weiter ja ja ich konnte halt nicht viel machen mit dir seh meine Waffen nicht mehr eh ich hab ein Fahrrad ok Horst willst du ein Fahrrad haben? letzte Runde ok für diese Maps einmal oh scheiße ich bin schon wieder schlafen ich bin schon wieder zu einer Stelle runter geflogen ah das war knapp boom Junge alter Andi na ich bin eh keine Gefahr Junge wow oh wer schießt da ich fände sich ja bei ihm geschossen alter red der da mit dem scheiß Fahrrad rum ja hör auf damit dass du ihn damit tot schläfst hab ich Schaden gemacht? du kannst ja mit dir jemanden töten oh alter pack ich's da hin ja wo kannst du ja geh weg damit wap ja ich springe einfach des Todes rum oh Teule stande ne ganze Weile rum ok ja ich hab auf Dings gezielt auf auf wie heißt er hier Paschurke weil er mit dem Fahrrad rum nicht schützt Dete bitte ah lass mich hier raus darf ich mich verstecken da ist gerade alles gestorben warum willst du dich verstecken ja da drüben ich hab nur 12 ledig ich hab nur 12 ledig auch Auto ne ist die Waffe weggeschossen ähm Herr Schulke oh er war doch immer ok gut dann war er's nicht alles klar nicht Alter wir hier einfach mal die scheiß Blumen durchsiegen Laren LAR LAR Herr Piss dich warum schießt du? das war ich für Schulke Art ich hab auf dem Dunkel geschossen uuuuuh ich bin der Fall schon Alter mein Gott wenn da nicht aufs Haus raufkommt oh hi Andy ist doch grad schon wieder Wäschter Mann ist doch grad schon wieder Wäschter Mann ah wie gut äh da liegt ne ok Laren Laren ok ne Leiche er ist es Linda Linda oh mich oh Gott oh Gott wollte er ein bisschen fix sein ich hab's auch nicht gesehen ich war da hinten ich geh zu ja ich bin dabei er könnte wetten dass das schon wieder Micha und Linda sind mhm ich bin's nicht aber Micha hat eben grad die in der Leiche ja ich wollte ihn halt grad wiederbeleben aber ich hab einen Flot und ich kann ihn nicht wegwerfen Linda ist bei mir Linda Micha auch wo bist du wo bist du deine Haferwachtel sag wir mal deine Pistole lass mich in Ruhe nein lass mal überlegen was wir hier für ein Dings nehmen hier ach so ja die ganz Schlund sind hässlich ja wir können dir zu ja, ist mir aber zu kriminell mit dir dabei alleine Müsst du grad sagen du scheiß Traitor Alter Entschuldigung alles klar ich bin beschäftigt ich bin viel beschäftigter Mann hier drin Hör zu nicht Erwin Störner schläft hier Hall wir wollen hier durch Faust, 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 Faust ist es hundertprozentig warum, wo ist der aber auch nicht auf der karte ein um aber auch ordentlich weggeflogen jetzt da oben ist auf jeden fall und weiter ist das da drüben wahrscheinlich teule das ist ja das ist ja so ich bin abgerutscht war nicht mit absicht alles klar das waren die zunächst wenn haben wir danach ich bin immer jetzt so ist das hallo natürlich weihnachten wer ist in der blumentopf hier auf der straße ja wo ist denn horst ich hab das ist tot was so in an die europäer der rutscher auch einfach nur ein keine gefahr erst mal die blumentöpfe ich habe eine idee ich lege ihn zu erwinnen die haben sie ganz so lieb folgt aber natürlich meine ich würde ich behaupte ich würde fast glauben dass michael ist ich bin nicht in dem Haus wo das Schacht ist komm her erschien oh hallo ich bin hier warte lass mich raus diese blöden Blumentöpfe hier auf der straße die gegen alles klar alles klar alles klar dann war das vor Ort daneben einfach nur neben geschossen wir machen noch eine Anschlussfolge für unsere leute letzte Map dann alles klar dann war das doch ein Anschlag hinter dann war das doch ein Anschlag hinter dann war das doch ein Anschlag dann war das doch ein Anschlag dann war das doch ein Anschlag sorry gold aber hast du keine andere Wahl gelassen Blumentöpfe sind nicht so cool zum steuern ich hab 5 abgeschossen ja das hab ich gemerkt war unfair Blumentöpfe hast du dich eigentlich direkt bei mir wieder hell gebeamt oder was oder wie oder nö ja Terrorist passt ja ja ich war der Taliban hier mit der die Rache ist ja das war so schön das war so geil ja wenn du fragst das noch Andi ich so mein ne ich so nein ich so nein noch Verurteilung ist in der Buckeharte ja im Prinzip hätte ich dich natürlich total verraten aber das haben wir nicht vercheckt ja ja Tja Lauren wie du mir so ich dir ne ich hab mein Bild sieht sich im Leben immer zweimal wir haben uns aber schon mehrmals gesehen und irgendwann sehen wir uns auch mal so ok ich stell schon mal Kaffee wahr und ne ja mindestens drei Kannen oder so wirst du brauchen es gab doch irgendwie mal in dem Web da so ein Raum voller Mindhacks ja die ist aber hier nicht drauf ach so ach schade bei dir sah ganz cool aus Boah Waffe ich schock was ist doch los Pirtle ich hab hier ne Waffe geh weg ich hab hier ne Waffe geh weg Pabllo kannst du ne Bananen essen ja ich kann nur auf dem Weg gehen hier Alter weil da sind jeder im Weg hier hier unten hallo Ost die Degel nehmen hey gute Melone Melone guck mal Bananen wunderschöne Waffe nein fake fake what nicht KOS nicht KOS warum nicht weil der gefakt ist warum witzende wissen hab ich so ein Gefühl ah du und deine Gefühle ja ja die kennen wir ja ich hab ja genau ein lilanes ähm Pünktchen du auch ja Lila Pünktchen Lila Pünktchen ja naja so nein hier so ein Texturenfehler mal zu oh da kommen wir her zu dem Pool da gucke da oben fehlt eine Textur ich wette der Erste der mich sieht wird mich gleich wegkürzen in der Mitte oder so Hi Pablo ich bade ich helf meinen Peinen Freunden achso äh schade kann man hier nicht zu machen ne die muss dich einschlagen boss was war das hier nochmal für raum alter geht raum das hier achso für Dete ja aber ich bin eigentlich Traitor ne wird dir gesagt also ja nicht unbedingt los Leonardo oh 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 was machst du hier kacken los den Othello lass mich kacken oh warte ich duschen klatsch hey das ist wie immer du gehst kacken und ich geh duschen der sitzt hier auf der Toilette während ich dusche und schießt mich ich glaube auch das kräuter selbst hätte mich da gerade so weg machen können der Paschulke ja ist das hier ne Tür alter Pablo das darf so ich bin noch raus na hier so ist das was oder ist das nur so ja könnte so ne Traitor Tür sein oder lass uns mal bitte zusammen bleiben weil wir sind glaube ich mich nämlich auch nachschossen wenn ich äh wenn du Traitor weißt komm das erzählst du jetzt ich bin es nicht Bananen sind gesund hier ist ein Loch ja fall nicht rein die Traitor falle das ist wo Horst oh Horst ist Deter das ist schon mal gut Andi ist bei mir Horst wir sind safe keine Klon vertraue uns einmal ne ich vertraue euch gar nicht nee wir hätten uns grad gegenseitig umbringen können wären wir Traitor weil ihr beiden seid nein nein oh hoff weh ich vertraue euch noch mal ich vertraue euch gar nicht Waren ist bei mir mhm fahrt sich hier drinnen ok lol was wollt ihr eh Andi KOS Andi KOS gar nichts gerade gemacht Andi hat die Falle geöffnet oh da ist er doch ok dann warten wir mal auf der Andi bleibt random nein gar nichts gemacht du hast die Falle geöffnet da stand eh ich wurde getötet von Andi das hast du das heißt du hast die Falle geöffnet alles klar alles klar alles klar gg ok lo da ist auch noch einer ja he 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 ich bin auszusehen reingerannt alter die Falle war halt schon relativ lange offen aber ist wieder auch immer unten links angezeigt ja richtig auch bei Fallen auch bei Fallen aber ich dachte bei der Falle steht ehm tot durch Welt nein was tot durch Welt ja ja das user wer war das denn Andi ist raus Andi ist raus ok und so bock ich ja ja ist egal ist egal hat jetzt auch nichts im Video zu suchen einfach weiter zocken genau oh ne ich will keine negative ich sag das du jetzt nicht hier ohne ordentliche Waffe ich raste hier gleich aus kannst du sprayen wie du willst oh die Diegel Horst oh ich bin bei Horst und bei Larin wo brauchst du denn jetzt? Linda noch wieder ja 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 wo bist denn du? wo seid denn du? echt Pablo? schon wieder? ich renn hier irgendwo im lass mich mit Leonardo alleine ah hier bist du ja ich bin neben dir ja ich bin neben dir also guck mal da neben dir ist eine da ist die Gold und hier drin war glaube ich noch ne ne Waffe oh Gott was ist das hier eigentlich? Linda schieß mal bitte was ist das? weißt du nicht dann kannst du wohl rein ich trau mich doch nicht rennen in den Raum also nein der ist safe da kann nur der Däte rein also kurz okay oh okay oh sorry Evan guckst du mich doch ne ins Wasser ich bin nicht schwimmer ich geh mal die Zimmer vergucken da kann nur Dachlar was denn hier los? ich bin mal alle umgeschmissen ey oh oh heute ist es woche grafen ey ja wieso? noch alle da? ja ja anwesend ja Horst ist tot wer hat Horst umgebracht? Horst und Inno oh armer Horst ey ja komm mal her bitte ich bin ja unterwegs ich kann nicht rennen da kommst du da drin rum? ich suche her auf der benünftigen Waffe ich hab das ich suche her auf der benünftigen Waffe ich suche her auf der benötigen ich habe ihn jetzt nicht so problemös durch ne Explosion die steht aber herr pascholke dachte wir wollen musik jetzt hast du die musik ausgemacht alter ich hasse dich erwin da hat er schon richtig gelegen letzter gesehen pascholke ich wollte gerade anfangen so hinterlegen was wollte gerade so nach hinten um die ecke gehen hat eine meldene melone bekommen weil anders kannst du mich auch nicht killen er doch aber mit der belohnung kam es gerade zum gelegen alter war trotzdem hier jemand rum ich wurde ich dachte ich habe kaputt ankerhund naja pascholke ist da er ist da weg mal bitte nicht das ist ja nicht auf der indos enttöten naja köln tue ich schon nicht will ja dann werden wir bestellen das ist nicht durch danke disco ich stehe nicht aufs ist ja als würde dann aufzukommen was willst du hier wer will was hier nur post ist er kommt weiter zurück die ganze zeit hinterher hat ja komische kopf noch gucken was hier gibt nach den punkt meinst du da in der ich würde es auch haben was das denn ich hab mich selber eingeschlossen danke bitte was auch immer das ist eh das ist glaube ich ein traitor tester ich lade schon rein denk ich mal dass es ein traitor tester ist ich weiß es nicht ich denke mal der herpa schulke ist in usin weil er hätte mich sonst hier unten weg gemacht ja weg bin ich so sicher ich habe mich da doch befreit ich hätte einfach tür aufmachen können und den headshot geben können und ist keiner außer uns 1 2 3 4 5 6 7 8 schildkröten wenn du mich jetzt gehst herpa schulke da vertraue ich dir nicht wohl doch ich habe meine arbeit getan da kommt jetzt noch eine weitere schildkröte jimmy ich habe das gefühl wenn ich jetzt noch mal in den raum gehe ich hätte eine schildkröten schildkröten lind laren hat sie okay was wurde daneben geschossen daran will ich mal sagen was und gott na hast du die kräfte rausgeholt nein ich habe das reingekommen data komm mal her guck mal ob die kräfte noch drinnen sind wenn nicht hat sie bisa ja dann bitte guck jetzt und die nehmen ich trotzdem eine waffe in der hand und was sagst du ich bin einfach nicht vertrauen möchte ich vertraue halt keinen ja wobei der hohen und den däte vertraue ich man hört dich nicht keine ahnung wie das geht mit den kräftels hast du kräftels gekriegt stand das da oben wie viele hast du äh zio ja dann hast du gekriegt ok also sie ist der post halte alarm okay das ist Bizarre wohl auch safe wa ah nicht unbedingt so also Horst ist da noch schon mal hundertprozentig safe weil Horst hat ja Laren getötet Horst ist safe auf jeden fall weil ich habe da gehockt ich habe da gerade auf Handy geguckt plötzlich sehe ich in meinem Blickfeld so eine scheiße Mündungslauf dreh mich um steht Laren da und fängt an zu ballern ähm ich habe reingeguckt und es haben keine kräftels gefehlt also bin ich auch safe ach kleine Schildkröten die fährt mir gleich um den Grafsaal hehehe Keule ist hier ja warte Disco Crack and Hates No Smoking steht hier also ich habe so das ich habe so das Gefühl ich habe so das Gefühl dass es Pablo ist warum ja mit seiner Schildkröten sammler naja also wie die alten Opfers mit der Drehwaffe Grafsaal bin ich gleich werden die noch durchgezählt ich muss mir jetzt mal angucken jetzt ich bin bei Pablo wenn ich dort bin ist doch Bescheid ja ich komme da mal mit wenn wir ja spektakulär mal angucken na gut viel Zeit hat er ja nicht mehr Hach die letzte ah die letzte Ich bin da raus ich bin da raus nein äh Wäck ja Haaaaa Keule kannst du auch nicht drehen Er hat meine gut mit den ganzen Schildkröten ausgenutzt. Aber sowas von ihr seid alle hingerannt. Sorry, konnte ich und ich verknallen musste sein. Ah, herrlich. Ja, ich kann das mit der Hitbox noch von den Scheiß... Ich hab dann einfach hier in den Raum gedroschen und dann dachte ich mir ja wohl schon stimmt. Ich bin ein Stück nach vorne gegangen, dadurch bin ich dann verreckt. Wäre ich stehen geblieben, wäre ich noch im Leben geblieben. Ich hab halt die Hitbox nicht einfach. Wir mal hier auseinander gehen, ja? Wie geht das? Ich glaube nicht, dass irgendeiner von uns später geworden ist. Wir hätten uns nicht weg geschossen. Ein neuer Raum entdeckt. Und ich verschwinde. Oh, sorry, 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 sorry. Oh, sorry, ich bin da. Äh, Pablo? Das ist kein Twitterraum, das ist kein Twitterraum. Tut mir leid. Lauren, siehste? Ja, was? Warum standest du da jetzt so rum? Weil ich meine Waffe rausgeholt habe. Entschuldigung. Das dauert so lange. Ist neu. Boah, trinken darf man hier auch nichts, oder was? Na, also wenn ich meine Waffe rausholte, dann dauert es nichts langer Schussblinder. Mein Gott. Das ist halt nicht so ne Baller-Tanten-Schießfrau-Dings-Bumsi-Döns-Strahleran. Nein, geh mir doch mal so weh ich. Boah, boah, boah. Pablo wollen wir wieder die Schildkröten sammeln? Laren! Okay, sag ich doch. Alter, Laren schon wieder? Wer hat jetzt auf wen geschossen hier? Lass mich mal durch da. Boah, wer war's? Wer war's? Wer war's? Wer war's? Alter. Auf Bisa wird geschossen. Okay. Oh. Das ist schon so ein bisschen ungefähr von der Laren, dass ich mich einfach abfallern. Oder von Linder-Wars. Wie viel ist denn gestürzt? Gar keiner. Alle Tote. Hä? Waren fast alle tot außer der Dete. Geil. Der Dete ist runtergeplumpst. Richtig. Die Leiche lag halt auch perfekt, ne? Wollte eigentlich nur mit Pablo die Schildkröten wieder sammeln. So kam mir ja nicht zu. Nö. Aber ich habe einen besseren Ort für die Schildkröten gefunden. Was denn? Das Bett hier ins Zimmer. In welchem Zimmer? Wo du die in der Badewarte reingestoppt hast. Nö, so einfach das Bett. Boah, schon wieder, Alter. Raus hier alle, Mann. Raus. Ich werd nicht hier weg. Raus. Nein. Draußen wurde jemand erledigt. Ja. Er schießt mich doch. Er schießt mich doch. Er schießt mich doch. Er schießt mich doch. Pablo wurde erledigt. Ja, da kommt er von dem, der uns nicht rauslässt. Oh, Alter, was ist nie los, ey. So. Ich hab die DNA. Und die DNA kommt von? Ja. Moment. Ja. Ja, ich weiß wer. Und zwar ist es Visa. Visa KS. Wer? Visa. Ja. Mann, Micha, hört mir doch mal zu. Ja, dann sag doch bitte, Micha. Sag doch, Micha. Ich hab Visa verstanden. Ich hab auch Visa verstanden. Äh. Äh. Laren hat, äh. 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 Wer hat grad hier von euch beiden auf Horst geschossen? Ich. Nein. So. Also, Micha hat Horst umgebracht, ich hab das gesehen und ich hab dann Micha umgebracht. Ja. Bleibt mal ganz unruhig, ja? Wer würde ja nicht meinen eigenen Traitor-Kollegen kaputt machen? Mhm. 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 Ich hab den DNA-Skill noch. Braucht den jemand? Ist jetzt, das ist jetzt eigentlich mit dem Dete, ist der noch ganz oder nicht? Was Scholke ist bei mir? Ja. Mhm. Mhm. Der verfolgt sich jetzt halt. Oh, schockschwere Not. Wer steht denn hier und wartet, wenn man ein Weihnachtsmann, äh, ein Schneemanns? Wo steht der? Das ist eine Traitor-Waffe. Äh. Äh. Empfang und dann dahinter im. Okay. Bauer. Traitor-Waffe, wollte ich sagen. Arsch. Ja, wie noch ein Arsch. Mach auf, super. Also ich fand's ganz Arsch. Nee, fand ich nicht cool. Ich hab raus den Schneeball gemacht. Fand ich eher auch richtig... Ja, aber wann denn bitte? Äh. Ich hatte dich vorhin, wo du dann... Ja, dann ist das aber ein Fail. Normalerweise geht das über... Ich wurde wiederbelebt durch den Second Chance. Das war... Wo bist du gerade? Dann kann ich's dir zeigen, wo ich dich mit dem Schneeball abgeworfen habe. Ja, ich hatte aber Second Chance. Das heißt... Äh... Wäre dann halt alles annulliert worden. Äh... Horst, wie heißt denn das? Da ist. Mach mit den, äh... DNA-Skanner. Einfach DNA-Skanner ausrüsten, links klick drauf. Und dann hast du... Ja, das hab... Dann hast du sowas wie ein Radar. Ja, und dann hast du sowas wie ein Radar. Es sei denn es mit der Silence-Waffe gekillt worden. Ja, bei diesen... Ich fange... Da bist du noch in diese einen Sackgasse reingegangen. Hallo. Hier ist Laren. Wie viele Runden sind eigentlich noch? Äh... Es wird auf mich geschossen! Linda! Es wird auf mich geschossen! Linda! Letzte Runde. Laren! Laren! Absolut! Hä, was? Alter! Warum schießt Laren auf mich? Oh... Du hast ja... Peter! Kannst mich mal heilen, bitte! Ich weiß immer noch nicht, wo... Mit welchem Ding... Was auch immer hier abgeht... Mit einer komischen... Mikrowelle! Keine Ahnung! Ja, ja, ja! Dann... Alter! Und wie ist das jetzt? Einfach nur auf dich drücken, oder? Ne, äh... Einfach... Blößen! Genau! Warte mal, Vorsicht! Da ist noch jemand! Du auch jetzt! Vertraue ich beiden gerade nicht, das ist klar, ne? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ne, E drücken! E drücken! E gedrückt halten! Ja, alles klar! Horst ist hier bei mir! Türgründen sammeln! Ja! Hä, warte mal! Es kann nur einer von euch beiden sein! Von uns beiden? Wieso von uns beiden? Ne, von... Von Micha oder Horst! Nein! Ich bin's nicht! Weil die anderen schon wieder Kröten am Samen sind! Ja! Ich habe so einen kleinen Verdacht, dass es Horst ist! Weil der halt Laren getötet hat! Ja, komm! Mach Goldendiegel auf mich! Ich habe ja keine Goldendiegel! Ich bin ja kein... ...Pete! Hi! Guckst du auch für mich? Ne, weil du hast... Weil du könntest als Traitor im Prinzip... ... diesen Vorwurf haben, dass sie auf dich geballert hat, dann als... ...Schutz nehmen! Horst ist es! Ich habe gerade nachgeschaut bei Laren! Hä? Ja, hat sie erschossen! Ja, komm! Schieß mich! Schieß mich ab, komm! Ja, du hast... Du warst zuerst da! Ja, weil sie zuerst auf mich geschossen hat! Naja! Ja, schieß mich ab, hier! Schieß oder... ...oder nicht! Hier! Komm her! Ich holster! Schieß mich ab! Schieß oder nicht! Ich weiß es nicht! Das mit den Asylents gesehen! Aber... Ja! Dann belebst sie doch wieder und fragst, ob ich Traitor war! Ich traue den Micha gerade nicht! Ne, ne! Ich habe Linder gekriegt! Okay! Ich war Traitor! Dann... Moment! Dann kann es nur noch Paschulke sein! Da! Ich eh nur, Ben! Es ist Paschulke! Was, was, was... Was, was, was! Was, 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 was?! Paschulke! Nein! Kann es nicht sein! Mein Gott. Du Arsch! Ich nicht schießen konnte, ey! Warum war ich einfach schnell? Das war's! Alter, was? Guck mal! Okay! Ja, liebe Leute, ich sag Danke bis hierhin, bis zum nächsten Fail von TTT. Ich sag Tschö mit Ö! Sober Fail!